400.000 neue Wohnungen, ein Viertel davon Sozialwohnungen, das ist das Ziel, das Bauministerin Geiwitz bereits vor dem Wohnungsbaugipfel in Berlin heute ausgerufen hat. Sie will gemeinsam mit Bundeskanzler Scholz Pläne für einen beschleunigten Bau von Wohnungen heute vorstellen. Grundlage ist ein Maßnahmenpaket, das im sog. Bündnis bezahlbarer Wohnraum mit Wirtschaft, Gewerkschaften und Politik erarbeitet wurde. Fragen wir nach bei Stefan Stuchlik aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Stefan, steigende Kosten, Lieferengpässe, Materialmangel, wir können es überall sehen und auch spüren, die Baubranche ist hart getroffen durch die Krisen dieser Zeit. Was hören Sie, welche Maßnahmen sollen da jetzt konkret beim Baugipfel besprochen werden? Im Moment ist eher mal die Rede davon, dass die Verfahren beschleunigt werden sollen. Bauern soll prinzipiell schneller werden. D.h. es soll mehr serielles Bauen geben, also vorgefertigte Produkte, modulares Bauen, dass also Bauteile direkt auf die Baustelle bereits fertig produziert, verbracht werden. Und es soll v.a. ein Baulandbeschleunigungsverfahren geben, das möglichst schnell Bauland zur Verfügung gestellt wird. Das alles muss natürlich auch abgefedert werden durch die regelmäßigen Maßnahmen und Gesetzgebungen. Denn es ist nämlich so, dass ein Haus, was baugleich in Passau und in Berlin gebaut wird, momentan mit 2 verschiedenen Zulassungsverfahren läuft. Das soll sich ändern. Es ist also quasi ein großer Vorschlag für beschleunigtes Bauen. Die aktuellen Probleme, die Energiepreisprobleme, die Probleme des Fachkräftemangels und die Probleme der Kosten für Baumaterialien sind allerdings in diesem Entwurf noch gar nicht richtig eingepreist. Aber wenn Sie diese ganzen Probleme aufzählen, wie will denn Bauministerin Galwitz an Ihrem Ziel von 400.000 neuen Wohnungen überhaupt pro Jahr, muss man sagen, festhalten angesichts dieser vielen Probleme? Ja, der Deutsche Mieterbund hat schon gesagt, das ist vollständig illusorisch. Man werde vermutlich bei den Zahlen vom letzten Jahr bleiben. Zur Erinnerung, das waren so rund 300.000 Neubauten und so etwa 25.000 Sozialwohnungen. Und die Ministerin selbst, die hat heute Morgen ja in einem Hörfunkinterview bereits direkt Abstand von diesen 400.000 neuen Wohnungen genommen. Es ist ja vollständig klar, dass auch mit einer Ausbildungsinitiative, die sie ebenfalls in diesem Papier eingeschlossen hat, so schnell gar keine Verbesserung auf dem Markt erreicht werden kann. Also der Optimismus, der nach außen ausgestrahlt wird, der weicht dem Realismus in dem Moment, wo die Fernsehkameras aussehen und man mit den Leuten direkt reden kann. Tausende Sozialwohnungen sind auch geplant. Warum ist der Bedarf eigentlich so groß? Sie müssen sich vorstellen, wir haben ein ungeheures Gap, wie das so schön auf Neudeutsch heißt. 8,5 Millionen Sozialwohnungen werden in Deutschland gebraucht. Das sagt das Pestel-Institut. Und wir bauen im Moment 25.000, sagt der Deutsche Mieterbund, 30.000, sagen andere Institute. Das heißt, es ist ein enormer Bedarf da. Und da geht es ja nicht nur darum, dass Leute mit geringem Einkommen relativ schnell zu Wohnungen kommen sollen, sondern es geht ja darum, dass der Bau von Sozialwohnen natürlich auch preiswirksam für den Rest vom Markt wirken soll. Das heißt, wenn ich billige Sozialwohnungen auf dem Markt mache, dann verbillige ich im Prinzip Wohnraum insgesamt. Und die Tatsache, dass da über Jahre, wenn nicht über Jahrzehnte, nicht rechtzeitig von der Regierung, von den jeweiligen Regierungen gehandelt wurde, der fällt jetzt, denke ich, der Bauministerin Geilwitz auf die Füße. Denn auch sie wird es nicht schaffen, die benötigten, ebenfalls vom Pestel-Institut berechneten, 260.000 Sozialwohnungen im Jahr auf die Beine zu stellen. Ein weiteres Problem sind ja auch die gestiegenen Zinsen, z.B. für Kredite. Wie sollen sich Menschen überhaupt noch das Häuserbauen leisten? Hat sie dafür auch eine Idee, eine Möglichkeit, das abzufedern, Bauministerin Geilwitz? Das nähert das Grundproblem. Natürlich soll die Finanzierung erleichtert werden. Aber lassen Sie uns ehrlich sein, das ist das, was viele Regierungen der letzten Jahre bereits versprochen haben. Die schlagende Idee, die ich da jetzt drin sehe, ist, dass so etwas wie genossenschaftliches Bauen erleichtert werden soll. Dass sich also Leute zusammentun können und quasi für relativ geringes Geld gemeinschaftlich bauen sollen. Ob das natürlich so richtig funktioniert, steht ebenfalls in den Sternen. Denn im Moment sind die gesamten Rahmenbedingungen fürs Bauen nicht so, dass man einzeln bauen kann und schon gar nicht genossenschaftlich. Andererseits soll es ja noch die Idee höherer Steuern geben, nämlich auf unbebaute Grundstücke. Was genau soll das denn bringen dann? Die Idee ist eigentlich relativ durchsichtig. Wenn es für mich wertvoller ist, ein Grundstück nicht zu bebauen, dann lasse ich das natürlich liegen. Wenn allerdings die Steuern so hoch werden, dass ich es bebauen muss, dann ist die Hoffnung, dass da wieder Wohnraum entsteht. Dazu sind allerdings auch zwei Anmerkungen zu machen. Zum einen, Frau Geilwitz ist nicht die Erste, die sich um die Grundbesteuerung wirklich einen Kopf gemacht hat. Viele Länderfinanzminister haben sich darüber einen Kopf gemacht. einige Bundesregionen und sind eigentlich im Prinzip immer gescheitert. Und zum anderen, und das sagen vor allem die Natur- und Umweltschützer, wenn ich diesen Leerstand im Prinzip steuerlich so belaste, dass gebaut werden muss, dann habe ich einen enormen Anreiz für Flächenverbrauch. Also diese umweltfreundliche Bauinitiative, die Frau Geilwitz versprochen hat, die beißt sich dann an der Stelle in den Schwanz. Stefan Stuchlik, vielen Dank für Ihre Einordnungen. Danke nach Berlin. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.